Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Kopf dreht sich immer wieder, nur um dich Du bist mein Dopamin, ja, wie es mich fliegt Wie das Satellit, mich nicht erzieht, ich hab Fieber Mein Kopf dreht sich immer wieder, nur um dich Dieses Gefühl war mir am Fendt, jeder Tag ein Glücksmoment Die Zeit mit dir wie ein Geschenk, mein Happy End Es ist fast wie ein Film, nein, ich glaub es nicht Und es geht schon wieder los in diesem Augenblick Ich hab Fieber, mein Kopf dreht sich immer wieder, nur um dich Ich hab Fieber, mein Kopf dreht sich immer wieder, nur um dich Du bist mein Dopamin, ja, wie es mich fliegt Wie ein Satellit, mich nicht erzieht Ich hab Fieber, mein Kopf dreht sich immer wieder, nur um dich Du bist mein Dopamin, ja, wie es mich fliegt Ihr seid so toll, jetzt hat ihr wieder kommen Ich hab Fieber, mein Kopf dreht sich immer wieder, nur um dich Du bist mein Dopamin, ja, wie es mich fliegt Wie ein Satellit, mich nicht erzieht Ich hab Fieber, mein Kopf dreht sich immer wieder, nur um dich Fieber Fieber Danke schön Ihr wart ein Meter, Gott sei Dank, hab ich beide versungen, Wahnsinn Aber ohne weitere Pause, alle Künstler Es kommen die Volnis, es kommt Luna, es kommt Calvin Klein Es kommt so viele tolle Menschen warten nur noch auf euch Wer kommt? Erb Römer Warte, ich komm zu dir noch schnell Die Zeit müsst ihr uns noch nehmen Was hast du gesagt? David Herrbrüggel Es kommt, hallo, ist mal hier Es kommt, äh, David Herrbrüggel noch, es kommt, wie gesagt, die Volnis, es kommt Calvin Klein Es kommen so, so viele tolle Künstler, die nur auf euch warten Wer kommt? Ben Luca, Marc Koch Alle sind sie da, alle warten sie schon Giuseppe und Gary kommen auch noch auf die Bühne und werden auch noch ihren Song performen Und, ähm, ja, also bleibt hier noch, habt noch einen schönen Tag Wir sehen uns in ungefähr einer Stunde wieder und der Raba komplett ziehen wir durch Vielen, vielen Dank Tja, wir sagen nächste Pause, es geht nämlich jetzt weiter, zwar nicht mit Musik, aber mit dem Rennen am heutigen Tage Wir wollen diesen neuen Besitzer finden Vom Bild Pokal, der große Pokal und ein großes Rennen erwartet uns Christoph Pellander, unser Experte für den Trabrennsport, ist nach wie vor bei uns Also die Musik war klasse, aber ich glaube das Rennen wird auch richtig klasse werden Auf jeden Fall wird es klasse, es hat ja in der Zwischenzeit hier einen kleinen Schauer Und dann wird es klasse, es hat ja in der Zwischenzeit mit dem Rennen